Schönen Markt 2012, wir arbeiten an der nächsten Zahl, also über 40. Bis 50 habe ich gesagt, mache ich es. Na sehr gut, für die nächstes 1, 14. Also noch 6 Jahre. Liebe Freunde! Hast du Freunde? Nein, du auch? Nein, das ist überhaupt... Au, nicht die Masse! Küssen jetzt! Das beste Bier? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Heuer 1a schmeckt. Ja, genau. Die beste Stimmung? Sie kann nicht auf dem Markt? Nee! Ja, und ich halte mich auch ein. Der Bräuliger Mann hat mir gerade bestätigt, dass Heiratsbräu ist in diesem Jahr wieder richtig lecker. Zu einem Hochzeitstag gehört natürlich Heiratsbräu. Und wir laden euch für Sonntagmorgen zum Frühschoppen ein. Ab 10 Uhr ist Gottesdienst, da können wir nochmal alle ihre Sünden runterspülen, beten. Und ab 11 Uhr kann man die Sünden runterspülen. Wir haben zwei Bands, haben Luftgitarrenwettbewerb in der Kreiszeitung, da geht es also richtig ab. Und ihr beiden seid eingeladen mit so vielen Leuten, die ihr möchtet und dafür einen kleinen Gutschein. Den hängen wir mal in der Braut um. Er bekommt die Auszeichnung von uns. 20 Jahre Remmerzelt von Zeit, drei Sprecher übergeben. Ich wünsche ein dreifaches Chicke-Chicke-Chicke-Chicke. Hei, Hei, Hei. Chicke-Chicke-Chicke-Chicke. Hei, Hei, Hei. Prost ihr Liebe und jetzt bitte ich die Hände in der Ruhe! So, jetzt sag ich auch nochmal kurz was. Erstmal freuen wir uns natürlich, dass wir jeden Tag so viele Gäste haben. Aber diese Gäste könnten wir nicht ohne dieses echt geile Engagement aller Mitarbeiter leisten. Wir haben 107 Namensschilder machen lassen. Jeder Mitarbeiter hat sein Namensschild bekommen. Und diese 107 Leute sorgen dafür, dass alle zu essen, zu trinken und dass es nächsten Morgen auch wieder schön sauber ist. Ich möchte echt jetzt mal alle Gäste bitten, einen richtig geilen Applaus für unsere Mitarbeiter. So, und eben habe ich traditionell mit der Musik ein Bier getrunken. Habe gesagt, Jungs noch 14 Stunden, dann haben wir Feierabend. Ebenfalls die Musik. Ja, ich finde es richtig geil, aber ohne unsere Gäste, wie gesagt, wäre das Rämmerzelt nicht das Rämmerzelt. Und ich hoffe, wir schaffen nochmal eine 5. vorzuschreiben. Wir denken mit kleinen Rücken. So, viel Spaß heute. Einen schönen Dienstag. Das Wetter ist geil. Viel Spaß noch. So, was gibt's doch in Roma? Du hast mich nach gesehen, da war es doch nicht geschickt. Meine Begrüße verbrust, ich bin die Rache so hoch. Oh, oh, oh. Und ich bin, ich bin, ich bin. Fihanna! Untertitelung. BR 2018 Sing mal, wer? Sing mal. Sing mal, wer? Sing mal. Sing mal, wer? Sing mal. Sing mal, wer? Sing mal.